So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video zu Escape from Tarkov. Da ja gerade wieder Vibe war, gibt es mit Sicherheit wieder einige Neueinsteiger. Und dafür wollten wir eine kleine Videoreihe machen und haben mein Bruder und ich uns ein paar Gedanken gemacht, was würden wir aus unserer Spielerfahrung an Neulinge quasi weitergeben. Die Videoreihe wird vermutlich so drei bis vier Videos werden. Wir wollen nicht die einzelnen Videos quasi, wir wollen jetzt kein Stundenvideo machen, sondern wir wollen halt drei, vier Videos machen, die vielleicht so 10 bis 15 Minuten werden. Wie lange sie genau werden, sehen wir dann, wenn ich auf die einzelnen Punkte eingehe. Zu bestimmten Punkten, worauf wir dann hinweisen, werden wir noch ins Detail gehen, aber das auch wieder mit einem Extra-Video, weil, wie viele wissen, wahrscheinlich die schon länger auch in Escape from Tarkov sind, gibt es einige Punkte, da geht es ganz schön in die Tiefe. Das wollen wir jetzt hier nicht alles genau ausführen, deswegen erstmal die Basics und dann wird sich das auch von Video zu Video ein bisschen steigern und dann, wie gesagt, auch noch unter Umständen einzelne Videos zu einzelnen Punkten geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg im Vibe. Schreibt gerne eure Erfahrungen oder wie lange ihr jetzt dabei seid in die Kommentare und wenn ihr natürlich Tipps für andere habt, schreibt die natürlich auch gerne in die Kommentare und dann viel Spaß mit dem Video. Also, quasi Map-Knowledge, das heißt, lerne die Karten. Da wäre es ratsam, unter Umständen erstmal mit einer Karte anzufangen, sich auf der Tarkov-Wiki, den Link werde ich in die Videobeschreibung reinpacken, sucht ihr euch die Map raus, schaut euch die ein bisschen an und geht im Optimalfall vielleicht auch im Offline-Modus quasi auf die Map. Da könnt ihr mit Scavs oder ohne Scavs, also mit KI-Gegnern oder ohne KI-Gegnern spielen. Das ist eben ratsam, um einfach ein bisschen die Karte im Endeffekt kennenzulernen und mit dem Punkt geht natürlich in einher auch gleich die Ausgänge zu wissen. Die sind bei der Tarkov-Wiki auf den Karten auch immer eingezeichnet und die solltet ihr natürlich wissen, bevor ihr jetzt groß in Tarkov rein startet. Daher empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Offline-Rates zu nutzen, um die Karte ein bisschen mal grundlegend kennenzulernen. Und ja, da empfiehlt es sich natürlich, mit einer Karte zu starten. Welche Karte dafür, da will ich mich jetzt nicht drüber machen. Da müsst ihr gucken im Endeffekt, was euch am meisten zusagt. Eher weiträumiger oder eher enge Räume, welche dann im Endeffekt alle wieder ihre eigenen Einheiten mitbringen. Da müsst ihr aber selber gucken, was für euch interessant ist und dann euch einfach in die Karte reinfuchsen. Der nächste Punkt ist auch relativ grundlegend. Da geht es um den Sound. Ihr müsst auf Geräusche in der Umgebung extrem achten. Schritte, Schüsse, wo kommen die Schüsse her. Unter Umständen dann hört ihr auch eben Spieler sprechen. Im meisten Fälle dann die KI. Das werdet ihr auch relativ schnell rausbekommen. Aber das gibt euch halt viel Infos generell. Wenn ihr dann die Karte im Endeffekt wisst und ihr sagt, okay, ich muss da und da hin und da ist gerade die größte Schießerei und ihr sagt, okay, keine Ahnung. Ja, dann müsst ihr eventuell ein bisschen warten oder ihr könnt euch auf das einstellen, was da eben los ist. Genauso gut ist es dann natürlich in gewissen Gebäuden oder Landstrichen. Da hört ihr dann Metall- oder Glassplitter oder Betonssplitter oder Holz. Dann wisst ihr schon, okay, in der Richtung ist der, dort ist der. Das ist natürlich dann, geht es relativ hoch und in die Tiefe, wenn man dann genau weiß, wo die Gegner sind. Aber grundlegend enorm wichtig, auf die Sounds eben zu hören. Der nächste Punkt ist, ja, der kommt definitiv, definitiv von mir. Da muss ich mir von meinem Bruder auch immer was anhören. Geduld. Geduld ist im Endeffekt ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und meistens ist es so, also ich sehe das bei mir selber immer, dass wenn ich im Endeffekt weiß, okay, dort ist jemand, der kann da theoretisch auch nicht raus oder wie auch immer. Und es besser wäre, ich warte einfach und ich dann mich dagegen entscheide und reinpushe und dann eben meinen Vorteil quasi abgebe und den Gegner in eine Vorteilsposition bringe, in der ich ihm pushe und er ganz genau weiß, dass ich da komme. Schwieriges Thema. Also oft ist es wirklich ratsam, einfach auch mal zu warten, auch mal in dem Gebüsch zu warten. Hey, ich habe da vorne was gehört. Hat er mich gehört? Was ist Sache? Analysiert die Situation und bleibt ruhig. In den meisten Fällen ist es tatsächlich einfach besser, dann eben geduldig, ruhig zu bleiben, als dann zu sagen, ja, okay, ich gehe jetzt mit der Brechstange rein. Ähm, ja. Dazu passt auch der nächste Punkt. Seid geduldig und bleibt dran. Dann, großes Thema bei Escape from Tarkov, ähm, hat eine extrem steile Lärmkurve, ist am Anfang extrem schwer reinzukommen, extrem komplex und, ähm, ihr wisst unter Umständen gar nicht, wo ihr euch jetzt wie mit am besten befasst, weil alles enorm tief ist und alles enorm komplex ist. Daher müsst ihr euch über die Anfangszeit, über das am Anfangs auch einfach mal dauerhafte Sterben unter Umständen gewöhnen. Und, aber es wird besser, definitiv. Also, ihr werdet in jeglicher Form besser, ihr werdet in den Fights besser, ihr kennt euch besser mit den Maps aus, ihr kennt euch mit den Gegenständen besser aus. Einfach durchbeißen am Anfang, es wird euch auf jeden Fall belohnen. Besonders als Neuling ist es extrem wichtig, in meinen Augen, ähm, Scaff Runs auszunutzen. Klar, da gibt's, da gehen die Diskussionen auseinander. Der eine sagt halt eben, ja, Scaff am Anfang extra nicht, mit du deinen PMC-Levels und mit deinem PMC-Progress kriegst. Aber in meinen Augen, gerade als Spielanfänger, ist es enorm gut und wichtig, einfach auch den Scaff zu nutzen, auf den verschiedenen Maps. Klar, die Scaffs haben wieder andere Exits, aber ihr könnt im Endeffekt, ähm, einfach auch gut Loot euch rausholen aus den Runs, die, was euch wieder Progress und Geld bekommen, unter Umständen auch wieder Waffen oder Rüstungen, die euch als PMC vielleicht schon flirten gegangen sind. Also in meinen Augen, ähm, nutze ich gerade am Anfang die Scaffs sehr gerne und generell auch und kann ich auf jeden Fall nur Empfehlung aussprechen. Ein weiterer Punkt, der gerade am Anfang wichtig ist, aber auch in späteren Verläufen und auch den Punkt, wo ich sehr oft nutze, ähm, bei Nvidia Shadowplay, Alt-F10 drücke und mir die letzten 5-10 Minuten nochmal anschaue, lernt von euren Toten. Oftmals ist es so erstmal, oh ja, keine Ahnung, Buggy, Leggy oder was weiß ich, warum fliegt der nicht um und wenn man es sich dann nochmal in Slow-Mo unter Umständen anguckt, allein den Schusswechsel, ist es oftmals so, man sieht, okay, man ist einfach nicht drauf gewesen und der andere hat einfach besser geschossen und hat einen schneller getötet. Punkt. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, ähm, was habe ich in den Minuten davor gemacht? War die Entscheidung richtig, was ich getroffen habe? Konnte ich nichts dafür? oder habe ich mich entgegen irgendwas gesetzt und habe gesagt, hey, ich pushe da jetzt rein, ich weiß, was da einer ist, aber ich weiß auch, dass er eigentlich die Vorteilsposition hat und bin ich deswegen gestorben. Hätte ich was besser machen können? Hätte ich den Gegner umlaufen können? Eine Granate reinschmeißen? Was auch immer. Ähm, beschäftigt euch kurz damit. Ihr sollt jetzt keinen Roman drüber schreiben, aber ihr könnt einfach kurz analysieren, was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können? Und das ist auch ein sehr wichtiger, guter Punkt, um euch selber voranzubringen. Ein Punkt, den ich mir nicht sicher bin, ob der in dem Video jetzt schon richtig ist, weil es ja jetzt erstmal relativ um die Basics geht. Es ist eine Basics-Sache, aber es ist eine Sache, wo ich sage, okay, unter Umständen betrifft es den weiteren Verlauf, wenn ihr die Maps besser kennt und so weiter. Ich sage Ihnen jetzt aber trotzdem, ihr sollt Hotspots zu Beginn meiden. Natürlich setzt das voraus, ihr wisst, was die Hotspots auf der Map sind, aber die kriegt man eigentlich relativ schnell raus, auch wenn ihr vielleicht YouTuber im Livestream zuschaut oder YouTube-Videos schaut und seht, okay, habt schon ein bisschen Ahnung davon, dann wisst ihr meistens schon, Customs ist zum Beispiel Dorms oder Wutz, das Sägewerk. Und da, die Punkte solltet ihr halt am Anfang zumindest meiden. Wenn ihr dort Quests haben solltet, dann lohnt es sich meistens ein bisschen, sich auf der Karte rumzutreiben und ein bisschen langsam zu machen, bis ihr dann quasi dorthin kommt und die PMCs ihren Zug schon durchgemacht haben. Und das ist auf jeden Fall schon auch ein grundlegend wichtiger Punkt. Deswegen bringe ich den auch in das Video mit rein. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und die Tipps helfen euch. Wie gesagt, da kommen auf jeden Fall noch einige Videos nach. Könnt gerne den Kanal abonnieren und natürlich auch gerne einen Daumen hoch geben und gerne kommentieren, was ihr gut oder schlecht findet. Wie gesagt, das ist alles aus unserer persönlichen Erfahrung. In Tarkov sind das so unsere Punkte, die ich jetzt jemand sagen würde, der neu anfängt. Da gehört natürlich viel mehr dazu und ist vielleicht auch das eine oder andere vielleicht später dran oder früher. Wie gesagt, die anderen Videos kommen noch. Und ja, ich will es jetzt gar nicht bis ins Unendliche ziehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.